in 321 hallo und herzlich willkommen zurück meine maus ist wieder da wir haben meine maus wiedergefunden irgendwie war die auf einmal verpackt weg keine ahnung und als ich spielsitzung verlassen hat und wieder neu reingejoint bin dann war sie wieder da und wir spielen als nächstes hacker versteckt hacker verstecken dringend das dinge in das hacker dringende dinge dringend das hacker versteckt eine und zapfe ihre kommunikationsanlagen an ohne alarm auszulösen ja das mit dem alarm das kennen wir ja schon zu gut ja wo ich muss mir jetzt mal eben hier bei ihm aufstehen machen noch lauter oder scharfschütze in dem ding ist mies richtig entschuldigung fürs knistern musste sein minen war froh alles voll mit minen körper die mit dem haupt mp stören ja keine ahnung so ich nicht mal erstmal den scharfschützen da oben backholen wenn du kannst vielleicht mal sehen würde hier kann es ja wirklich nur mit so nah durch was ist denn das recht da ist ein waffenkoffer ok wo ist ja alles voll wo müssen wir denn überhaupt hin zu c wahrscheinlich als erstes stopp ich sehe die ich habe so nah die bieten schon zu der leiter ach die ist von der innenseite daran das sieht man natürlich mit dem sonar nicht dann sollten wir hier links vielleicht rein oder also die gesehen ja jetzt gerade aber die sind weiter hinten und da oben wir können hier rein zu c das ist kein arsch aber laser nicht gerade wenige doch hier sind auch ersche der kasten für laser hängt direkt links um die ecke mit sie da kommen die dran weil ich dann um die ecke müssen ja und sind hier leute die dich da sehen können ja natürlich ja garik ja 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 sieht er dich da kann ich dir nicht genau sagen ja der sieht er der würde ein sehen hinten steht einer bei dem laptop gerade oder was auch oben rechts ist einer mit panzerungen wir müssen erstmal irgendwie nach oben sind aber nur noch mehr laser gesagt da draußen ist trau mich gerade nicht die treppe einfach hoch zu laufen würde ich auch nicht draußen ist frei wenn wir der kleine raus kann hier ist die verwinkelt ja das ist richtig krass hier bei mir ich kann gerade nicht warum nicht weil dem grad genau in meine richtung guckt hier draußen können wir gemeinsam das hochkletter machen ach so hier bist du rausgegangen dicke truppe ist hier das noch einer super super der dicke muss weg laufen da ist eine kamera an der decke sogar ein scheiß dreck der kommt nicht direkt hier vors fenster das ist das problem kann man das überhaupt ja wenn der direkt vorm fenster steht dann geht das dann kann ich den da rausziehen so weißt du wir müssen da schon rein glaube ich kann hier aber jetzt nicht reingehen woanders können wir auch nicht hände welche jetzt nicht jetzt reingehe damit tot okay guck mal unterspringen das problem ist dass der fette die ganze zeit in meine richtung guckt darf ich was ausprobieren ich weiß nicht ob es funktioniert kann auch sein dass entdeckt werden die ganze waren da kommt noch eine hoch zwei tot kommt du kommst auch ans fenster los kommst nein der kommt nicht ans fenster fack ich dachte dicke kommt jetzt ans fenster also zwei habe ich weg cool aber der dritte fehlt da hinten läuft noch einer irgendwo rum pass auf pass auf pass auf pass auf ich versuche die mal zu mir zu locken mit geräuschen ich versuche die mal zu mir zu locken mit geräuschen da oben sind noch zwei alter ich kann keine markierung mehr machen fuck ist er genau über dir? ich hänge am rohr unter ihm woher kommen denn die laser her? auf der treppe sind laser boah das klappt was ich jetzt vor hab komm lauf unter mir her lauf unter mir her könnte gehen yes einer weg genau so musst du die killen nur von oben die kamera ist da hinten ne wo ist unser die kamera ist da c ist da die ist ähm ja ich rutsche ich lauf gerade am hohen lang das geht es auch nicht weil da laser sind auch noch äh muss ich jetzt rechts oder links rum ähm die eine kamera müssen wir irgendwie oh gott ich muss ok ich weiß wo ich lang muss damit ich die kamera umgehen kann ok boah was kompliziert ey ich komme mal ganz gekonnt mit ne ja das wäre es mal eine idee gewesen da kommt eine panzertruppe ist aber glaube ich im anderen raum also ich hack hier jetzt erstmal super idee ist ja auch irgendwas anderes ein raum wo es weiter geht oder so ne hier kannst du nur aus dem fenster raus theoretisch aber ich glaube nicht dass es so sinnvoll ist die laser maus gemacht hm und auf hm hier ist niemand hier ist direkt durch die wand einer bei mir ne wie kommen wir da hin wo sind wir hier durch die an die hier nach hier Nein, hier kommst du nicht weiter. Definitiv nicht. Ah, wo bist du denn jetzt lang gerannt? Bin hier nach draußen gegangen wieder. Hier können wir rum. Sind auch direkt bei A sozusagen. Weiß aber nicht wie es in A aussieht. Lauf mal da durch. Ja, lauf durch. Okay, hier ist keiner. Du hast jetzt als Aufgabe mich zu suchen. Das ist jetzt die Challenge zwischendurch. Dich suchen? Und du brauchst nur zu gucken, wo die Silhouette leuchtet. Cool. Hallo. Den müssen wir einfangen. Nur zu B. Nee. Der ist über uns direkt. Wie sollen wir den mit Panzerung denn einfangen? Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Kann ich dir nicht sagen. Kommst du mal zu mir, dann können wir den gleich mit Steuerung erwischen. Wenn der da nochmal lang läuft. Bin bei dir sozusagen. Ja, du bist doch zu weit hinten. Was gesehen? Kann man doch nirgendwo anders hin. Oh, was hast du denn jetzt gemacht? Dann kommen da gleich fünf Leute an. Stimmt wohl. War ne blöde Idee. Das ist ja gut. Achtung, Mann ausgefallen. Der Schütze ist da drüben. Ist das die beiden letzten? Was? Ja, ich glaub wohl. Irgendwo oben sind noch Scharfschützen und so, aber... Na, die sind jetzt gerade mal egal. Achtung. Kann ich nicht. Ich konnte nicht Steuerung drücken. Du hättest auch eh drücken können. Ja, hab ich ja. Geht aber auch bei denen ja auch nicht. Ah. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Ja. Und das mit dem Geräusch und mit aber auch keine gute Idee. Boah. Boah, das ist echt fies. Scharfschütze auf Silo ausgeschaltet, Sam. Unser Abbruchpunkt ist frei. Gute Arbeit. Die Piepen schon so bedrohlich, ne? Hier unten wieder rein war eigentlich gar nicht schlecht. Hm. Wenn wir was anderes ausprobieren. Möcht denn jetzt schade. Geht mir die Kacke. Aber das mit dem Fenster oben war gut, was ich gemacht hab. Ja. Das mach ich auch wieder. Aber wir müssen erstmal jetzt hier wieder raus, ne? Ja. Dann rechts rum war das, ne? Ach Quasch. Ist das richtig? Nein. Du musst erst. Warum? Sonst hängst du mir nämlich gleich im Weg. Dann komm ich nicht ans Fenster ran. So. Ja. Wenn du willst, kannst du ja entweder warten oder wieder den Weg unten rum gehen. Wir wollen sagen, passt auf den Laserhauer von oben. Kein Stress. Na kommt schon. Alle zu mir. Okay. Dann halt mit Geräuschemitter. Dann halt mit Geräuschemitter. einer ist weg. Und es hat keiner mitgekriegt. Respekt. Es sieht auch keiner die Leichtheit weg. Kann gerade nur noch nicht rein, weil der Dicke da noch steht. Kann ihn ablenken. irgendwie. Los. Alter. Oh. Komputiputiput. 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 Den schnappe ich mir jetzt wieder von oben. Ist auch spannend. Taste E für tot von oben. Na. Der ist weg. Tötet ihr den nicht. Naja. Tötet ihr den. Ja stimmt. Weil ich die Maßstelle knockout. Ja ich habe tödlichen Nachkommandrufe angestellt. Ich habe den immer ein Messer einhalten. So nett wie ich bin. Ja auch kennen wir die. So das haben wir gleich. Ich bleibe mal hier. So blitzig. So. Einmal da noch. Und da weiter. Runterspringen. Hacken. Wir schauen wieder zu. Alpha. Mh. Könntest du bitte aufhören zu essen und zu mir kommen? Ne? Könntest du bitte aufhören zu essen und zu mir kommen? Ne. Ich suche gerade nach alternativen Wegen. Soll ich mal ein paar Kontaktschocker auslegen? Wo kommen die Laser her Alter? Ja. Du bist nicht ausgemacht diesmal. Oh. Ich bin fast reingelaufen. Da muss ich irgendwie hinkommen. Oh. 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 Das bin mir gerade mit der Hauptkamera drin. Ach du guckst gerade? Ja. ich überlege gerade ob hier mal in geräusche mit hinschmeiß ich weiß dann nur nicht ob das einer höher dass er dann da um ecke kommt und dann hier mal von oben weiß es müsste ja auch als kann ich noch mit der kamera ja und sonst müssten wir auch hier jetzt kommt mit steuerung machen können einer kommt mit den jump ich gleich kaputt geht ja was habe ich gesagt messer inhalts der zweite kommt nicht in lok ich hatte muss er wieder hoch werden kommt dann auch den nämlich nicht von oben okay so die können sollen nachkommen kann ich nicht tot von oben musst du einfangen wie denn wie kann ich den einfangen da kommt einer nicht ausschalten das können wir für die dicken gebraucht also von oben ja aber nicht mit sg hat herumkommt genau und schnell wieder hoch kommen wir mal eben ja jetzt ja okay greift auf ihre systeme zu ja kommt einer mit steuerung jetzt oder geht ja oder wenn du von oben machen kannst achtung der muss hier reinkommen sonst geht auch nicht der letzte die müssen wir einfach ich würde sagen wir töten ihn einfach ja würde ich eigentlich auch vorschlagen weil hat doch nicht ich habe meine chokokäste vor den lüfter gelegt die schmilzen gerade in der tüfe bisschen du schon wieder nach vorne gelaufen er geht nach oben wie können wir den denn einfangen weiß es nicht so einen dicken mal nicht steht er da oben jetzt rum oder kommt ein bisschen weiter zu dir hast du den laptop schon gehackt hier aber wir müssen auch nach oben zu b ich könnte hier mal an die elektronischen geräte in haft mp werfen da musst du da aber weg weil es das bringt was ja was hat das jetzt gewahrung hätte ja was machen können ja das ist das das ist die kaffeepaschine hier da war mir zu viel licht macht und er kommt unter ja aber da hinten ich gehe hier hinten hoch er geht darunter und ich gehe hier hoch gut hier ist wieder eine kamera bist du oben hast du b oder kommst du hier ist gemeinsames klettern ich brauchte ich witzig wie bist du hochgekommen ich bin da hinten die treppe hochgelaufen welche treppe direkt neben dir ist eine treppe eine steintreppe eine dicke fette steintreppe guckst du genau drauf ne sehe ich nicht ist keine kamera in dem raum noch ja sicher in dem raum ich bin draußen stück weil er zu mir kam boah da ist noch einer denn her sie macht keinen scheiß was tust du der stirbt nicht dann hör doch auf mein gott der frische das war jetzt los wer hat dich entdeckt niemand da war wirklich niemand du musst doch nicht gleich auf den draufballern ich hab dem headshot gegeben alter und er ist nicht gestorben ja was lernen wir da raus wunsch du hast du wunsch 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 Untertitelung des ZDF, 2020